Hallo Freunde! Willkommen zum nächsten Vlog von Luca! Mal gucken, ob da ein Kratzer ist. Ist das ein Kratzer? Nein, ich weiß nicht, was ich essen will. Chili Cheese, geil. Aber vielleicht ein bisschen zu spicy jetzt um die Uhrzeit. Also wir haben halb neun. Ich weiß nicht, ob das sich so bekommt, ne? Extra long Chili Cheese. Boah, was eine coole Animation! Mayo, Ketchup, Mayo, Ketchup, Mayo. Ich hab so einen Hunger, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich würd am liebsten deinen fetten Schwanz essen, wenn das mein Hunger stillen würde, ehrlich. Ich würd alles losen. Und dieser Mann ist nicht schwul. Ob man's glauben würde oder nicht. Merkt man einen Qualitätsunterschied? Nein, perfekt. Funktioniert die Kamera eigentlich? Okay. Bruder, ich hasse das, wenn man so nah an mein Gesicht geht. Man sieht sogar jede Pore und meine Stimme ist so am Arsch. Hier ist du dann wirklich? Wie heißt dieser schwarze Schauspieler, der so eine tiefe Stimme hat? Wie heißt der, wer ist der Briloma? Wie heißt der Briloma? Bruder, wie heißt der denn? Du weißt ganz genau, wen ich meine. Der mit so vielen Sommersprossen, der Schwarze. Morgen Freeman, morgen. Morgen, so ist der. So ist der. Ich hab jetzt viel getan. Du, ey, 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 ey. Wer das nicht macht, hat einfach das Sinn des Lebens noch nicht verstanden. Aber gut, dass das Sam kein Loch hat, Bruder. Das wär echt Katastrophe, gell? Der hat noch so einen Griffel weggenommen. Shalom. Das ist das Schürz, was ich mein ganzes Leben hier gesehen hab, ehrlich. Ja, amber! Ohohohohohohohohohohohohoooho! Hahaha! Gter wie er will! Diesen Alissa alkoholisiert em' ich nicht! Ich glaub ich mach das nicht, blöd! Das ist so ein Bullshit. Das gibt's ja gar nicht. Wenn du wieder hier akkusiert bist, bist du gleich. Weil du mit zwei Glühweinrahmen voll bist. Daniel, bist du den Weihnachtsmann? Wow! Ja, moin! Glaubst du noch an den Weihnachtsmann? Ja. Du nicht? Nein, ich glaub an mich selbst. Du bist der Weihnachtsmann. Digga, was passiert hier? Digga, wie ist das da? Sag doch, ich glaub an den Weihnachtsmann. Du bist aber heute einfach ein Kämpfer. Du bist es einfach. Von nix kommt nix. I'll see the games. Moin! Alles normal wie immer. Wie kamst du noch auf die Idee, heute saufen zu gehen? Ich gehe nicht saufen. Ich mache Fahrer. Ab mit meinen Bitches auf dem Weihnachtsmarkt. Outfit check! Schuhe, Doc Martens, Hose, Mango, Jacke, Only. Onlyfans? Onlyfans, finanziert durch Onlyfans. Schal von der Mutter geklaut. Handtasche New Yorker. Ey, ich hab Handschuhe von meinem Vater geklaut. Wie findest du die? Handschuhe Daddy Victor. Ey, ich brauch die. Guck mal meine Hände an. Juhu. Ja, genau. Das ist ehrlich Dreck, Rad. Das ist wirklich Dreck. Soll ich wegmachen? Ja, mach mal. Soll ich mit dem Finger abnehmen? Jetzt haben die Kies. Alter, die Handschuhe sind echt das Geilste. Ey, das ist schweig als so asozial. Soll ich euch die Reifen wechseln? Ich dachte, ich hol dich mal aus. Auf geht's. Können Sie mich wieder in Ruhe lassen? Ja. Danke.